Das ist der Klasse für mich damals noch unter Zypfläschung. Mittlerweile ist er volljährig. Ja, jetzt sind wir richtig sauber. Früher, ihr weißt schon, was geht das denn? Das ist der Klasse für die Klasse für die Klasse für die Klasse. Das ist der Klasse für die Klasse. Das ist der Klasse für die Klasse.